Aus unserer Serie Neues vom Krönhof. Wasser! Wasser, Wasser, Wasser. Wir sind zwar im Hang, inzwischen haben wir zwei Pumpen laufen, die versuchen den Heizkeller zu entwässern und es gelingt ganz gut, denn vor einer halben Stunde ist hier noch richtig Wasser gestanden. Neulenkbach am Grillensee! Oh, unser Baum liegt! Ich meine, mein Haus ist kaputt. Ah ja. Wie soll ist mein Haus kaputt? Ich meine, mein Haus kaputt. Wie soll ich das machen? Papa, die putzen. Die putzen.